Jacob verkleidet sich mit einem von meinen Zweiteilern als Céline und singt mit ihrer Stimme im Playback. Er lebe zwar seit einiger Zeit in Frankreich, sei aber nichtsdestotrotz Kanadierin und habe nicht vor, seine Wurzeln zu verleugnen. Und seit diesem Abend lebten wir nicht mehr mit Jacob zusammen. Wir lebten mit der Sängerin Céline Dion im Körper unseres Sohnes Jacob Hüthner. Unsere Patienten hier denken, sie befinden sich in einer Art Erholungshalve. Darum müssen sie sich in Sicherheit fühlen können, das heißt akzeptiert werden, so wie sie sind. Ich überprüfe die Okklusion meiner Zähne jeden Tag. Ein schlechter Zahnschluss kann die Arbeit von Jahren zunichte machen. Tanz, meine Kleine, Tanz. Ich kann nicht mehr, ich kann keine dämlichen Songs mehr hören, sonst bin ich bald reif für die Geschlossene. Wir machen da unten die letzte Show. Das wird ein schöner Abschluss. In dem Augenblick, wo die Leute die Sonne wiedersehen und alle sind froh. Sie hat einen Freund gefunden! Ja, meine Familie konnte mich nie besuchen. Sie lebt mich ab. Sie lebt mich ab. Alle beide haben sich von hergebrachten Typologien befreit und keiner von beiden lässt sich von der Biologie einschüchtern. Die Aufmerksamkeit Untertitelung des ZDF, 2020